I can show you the world Shining Chairman is blended Musik ist Endload, also easy, medium oder hard? Easy halt, eben ist jetzt off. Achso, man kann alles machen, okay. Soll ich hart machen? Aber vielleicht hier halt die dann, Kai, ey, krass. Medium, ich mach immer medium. Okay, ich mach, ich mach hart. Wenn ich so krass, dass ich spiel, dann... Ich mach hart und kein... Ich brauch so'n Scheiß nicht, Alter. Oh, du wach! Ich werde sterben. Okay. Nein, 1, 2, 1. Also doch, skip, danke. Ich warten, warten. B, A, D. Okay. Wie viel ist teuer, Alter? Alter, Sensibilität ist sehr endschwach, Alter. Kamera schwenkt dauert acht Jahre. Der fuck's wieder mal. Ja, Erfindlichkeit höher stellen, bro. Wo ist die Scheiß also hier, Option? Oder, hey, hier Frau, oder, hey, hey. Back in. Hahahaha. 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 Okay, Maul halten. Hahahaha. Okay, Sensibilität, ja, hm, also, hm, was meinen Sie mit Sensibilität, so, Kamera oder Ziehen oder alles, weil, eh, es ist nur 6,5, okay, ich mach mal einfach mal 8. Ah, und die Steuerung hier, äh, ey, egal, Alter, scheiß drauf. Die, eh, die erste Regel, vor der Gamer, schau dir niemand die Steuerung an. Äh, ich finde es selber heraus, äh, das Auto dreimal. Oh, hm. Alter, hat er hier Koks? Zum Sterben. Ey, Alter, der hier Geld hat, ey, ey. Millie war erkreis. Ich, 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 ich kann ihn nicht schlagen. Warum ist dieses, denn, ah, L1 ist in Waffen, auch so, ja, ich hab eine Pistole. Ui, da, er, er hält die so wie im Ghetto, nur eine Hand, äh, ich hab Kack-Kopfen mit zwei Händen, so, hhah. Hähä. 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 Was ist richtig? Ähm, Kilak, ein Typ auf dem Stuhl und ich, ich hab'n einfach umgebrochen. Prozent Prozent vielleicht der Weg zu haben die Produkte ich habe Bruder und Kies man kann Leiche tragen oder so wie in Dingsland mit dir durch trainiert alles weg mit dem Herd zu verprügeln den Typen und oder mit dem in der Welt der Kuhle gewesen ich brauche so wieder stimmt die Trauboxen in der Mitte ach stimmt was ich hol mir mal schnell wenn es mit der Schöße und äh Schöße und Dings machen und leise du sagst ich dich nicht hören Kann ich blinken? Gibt es eine Ego-Pet... Achso, das ist sowas wie Dings da. Ähm, Falgen... Nee, alle Augen, genau. Nicht Falgenmond. So, Falgenmond. So, der Gelbe ist mein Verbündeter. Leute, und Navi? Sieht ihr schon krass, also auf der Straße solche Dings auftauchen. Also keine Linie, sondern solche Dinger halt. Ja, beide halt. Die muss abheben. Oh, Alter. Okay, also Lenkung... Ich war ein bisschen schwammig, weil... Ich war gerade ein Scheiß-Fack. Ja, links-rechte. Seife. Keine Rede. Ah, nach hinten schauen wir uns auch, R3. Fällt's gut so. Foto-Home an sich, Alter. Die Foto-Sitzung ist größer als... als Amerika. Was? Was? Make America great again. Bekürstern mit... Mitmauern. Breiter Mauer. Die Karte, die... Ich erst jetzt, Alter. Nach ca. 5 Minuten. Oh, da. Oh, da. Ich war gerade 90. Ist es KMH oder NPR? Bin nicht dran. Aber ich vermute mal KMH, weil... Oh, shit. Aus dem Weg. Alter. Kann man nicht blinken? Oh. Warte, drei Striche? Ähm, BO3, was? Nani? Entschuldigung. Jesus, Corona. Shut the fuck up, man. Ah, here we go. Pissen vielleicht mal gespaß. Wo ist meine Pistole hin? Ey! Kann ich das immer machen? Alter, irgendwie die Kopf hier einfach als Rot irgendwie... irgendwie die Kennzeichen. Ey, du da. Mach das... Mach das Tor auf hier. Was für nicht, du Hurensohn? Hä? Was... Was für Hurensohn? Komm her! Warum hat mein scheiß... Kollege eine scheiße Schofel hinter und nicht eine Kackpistole? Mach das scheiß Tor auf! Ja, besser ist es, du... Warum? Warum muss ich Kack-Säcke getragen, alter? Alter? Oh, das sind immer solche Fratzen, alter. Schlagstock, alter, Digga. Dich will ich auch umbringen. Schau mich hier, schau mich nicht so an, alter. Ge weiter. Scheiß Kopf, alter Handschellen, Pistole, Schlagstock... Verpiss dich! Überlegs abwings! Pisser, alter. Ich hab hier vor vor, nicht du. Oh. Wie langsam geht denn der Alter? Ding, dong, ding, dong. Auch noch töten, als wie langsam geht. Hä? Selber töten, Umbra! Hä? 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 Die war doch was Kunstgerade, du bist behindert. Ah, da hinten ist Heilung, also okay, die ist eine... Das ist das so! This guy is a fucking a-assassin! This guy is a fucking a-assassin. Alright, is here. Eh, this guy is a fucking assassin. Muss ich ihn jetzt umknocken oder was? Ja, warte, noch nicht. Nein, warte. Warte. Lenk ihn kurz ab, schau ihn schief an. Jetzt! Bam, bam, bam! Stür, motherfucker. Sarazza? Die kann man noch mal leicht heben. Okay, nach unten. Wir müssen die Läsche verstecken. Wo ist die schön dunkel? Ja, hier. Diese Ecke, oh, wunderschön. Hat der keine Waffe? Digga, ich will die Waffen, Mann. R3, also um zu schleichen. To take cover. Was? Wie, hä? Hat er mich gehört, oder was? Stürb weiter. Quadrat? Ah, plündern. Also, die Waffe, so. Oh, ich habe eine Waffe. Oh, ich hielt noch eine Waffe. Ich kann ja zwei tragen, also auch hier nehmen. Zwischen Weapons, ja. Das weiß ich schon, hab ich selbst schon erfahren. Pisser. Kackspiel. Löschen. It's time for action. Tresor aufknacken. GTA. Ich Profi. Nein. Oh. Warum nennt er mich Godzilla? Weil ich groß und breit bin. Ich Oral-Tresor entfällt, Alter. Preist sich taunen. Ich... Holy fucking shit. Also, niemand das hört, wie so ein motherfucking Scheiß-Tresor aufgeknackt wird. Also, so laut, die Scheiße. Und, äh, die... Alarmanlage. Okay, jetzt... Jetzt ist es für Action, Alter. Wir müssen uns durchkämpfen. Jungs. Oh, nur wir beide. Partner, bist du bereit? Warte, hier ist ein Pumpgun. Dann Pissou, ich verpiss dich, Alter. Ha. Tauscht auch. Hä? Warum kann ich die Pissou nicht tauschen? Also? Ich kann nur Pissou, lehule, Dings sein. Okay. Oh, oh, ich schieße N komisch an. Äh, sie kommen in Deckung gehen. L1, 2, 1. Ah, X, okay. Äh, hier direkt? Aus der Hüfte. Wo, wo seid ihr? Ah, stimmt. Einfach, äh, A-lauge. Cheaten. Da ist einer. Da auch. Ich muss zurück. Ich hab' den Kampgang. Äh. Fiss dich. Ich hab' den Zugriff. Nein, pack aus. Hallo? In mein Laufalter. Hallo? Nur noch einer? Banzig, zwei. Ah, oh, shit. Hab' ich High Dampfer dran? Hä? Alter, so der Scheiße. Ich hab' selber denken müssen, aber er teilt die Vorlage so unruhig, ne? Selber spieler kaum los, überlegen, wer passt. Bam! Alter, ich hab' schon über die Schießen. Alter, das war doch gerade schön. Junge, ich brauch' keinen scheiß Aim-Assist. Also, der liegt hier wunderschön. Da, da muss ich mich ja selber loben, hier. Gerade nach. Also, das ist mein Leben. Mach, mach die Scheiß-Tür auf, Alter. Los, ein Befehl. Liegt da gerade ein MG? Nicht nehmen, liegen lassen. Also, ich helfe muss. Warum ist er so blutverströmt, Alter? Äh, achso. Ja, Quadrat, okay. Hä, also, auch flacken ist ja endleicht, hä? Oh, verkackt, Lüge. Ja, tatsächlich, Alter. Ein motherfuck'n Chess-MG. Hm, liegen lassen. Lieber Pumpgun. Und Heilung brauch' ich. Tabletten. Wie heil' ich mich? Hm, hallo? Was, Moe? Hä? Achso. Ja, dein Maul. Ich will kämpfen. Alter, ich freu mich so auf Jascos 4, Alter, ganz ehrlich. Tornados. Blizzard. Hurrican. Mäh. Maut sie jetzt. Set der Router, okay. Also, ob ich da hinten hin muss. Alter. Scheiße, das ist toll hier, Alter. Hä, das war's schon? Das war, das muss sein, aber weiter. Das muss sein, aber das muss sein. Weiter. Ja, ich hab' ich ja richtig schwamm. Ich hab' mich schon hier rum, links, recht, links. Aha, wir haben uns jetzt kreisend gehen. Das ist das, was ich wissen will. Was? Ich bin falsch. Schnauzeiter. Ich war so, wie ich will. Oh, ich hab' ich mal jetzt ein bisschen tausend. Ich hab' mich nicht gesehen. Oh, doch. Hat mich nicht schießen. Gibt's dem Monsterland oder sowas? Aussetzen. Und ja, bis jetzt... Löschen. Also ob der maximal... Äh, genau... 150 fahren kann. Gerade... häng ich wohl 105. Achso, Quartart. Drei Königsbringling. Warum sind mein Waffen weg? Warum? Achso, sollte ich den Wagen in die Grade reinparken? Ne, egal. Also jetzt. The fuck. Kackspiel, Alter. Erstmal... Ah, ich kann hier trainieren. War das nicht so? Box? Handschuh? Sack? War hier keins? Hallo? Oder... Wie groß ist denn dieses Kalle hier? Lager, Alter. Bunker. Hier haben also die... Geschlafen. Was? Oder... Playboy-Zeichen? What the fuck? Oder doch, Playboy! Komm, Dings da. Ko- ähm, Kooperation mit Playboy. Die, äh, Wiberung Geld. Sponsor. Wo, äh, wo kann man sich das jetzt anschauen? Ich will das Magazin jetzt anschauen, hier. Hallo? Okay. Ah, hier ist es. Kann man auch umblättern? Oh. Oh. Ja, Kevin. Also du musst wissen. Ja. Und da sind die Frauen oben ohne. Cool. Hm. So, okay. Alter, wir sind mal Anstrengungen hier. So, Alter. Mehr ja, mehr sehen wollen. Äh. Oh, wirklich. Mehr gesehen. Äh. Alter, also ich glaube meine Mission ist es hier alle Playboy-Magazine hier zu sammeln. Äh, 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 äh. Wenn die Hunger haben. Wieso essen wir dich? Nein, wir haben den nicht essen! Ja, Sir. Sponsor. Ich muss dir jetzt Suppe servieren. Bis-Wir ist auch einen Schluck? Echt? Nein. Kann ich mal aus dem Topf hier rausgehen? Kann ich mich nicht mit ihr normal unterhalten? Oh nein. Ich muss den Kochlöffel schwingen. Mein Job. Was wollen die, Alter? Äh. L3 und 3, achso. L3 und 3, achso. Motherfucker is over here! Komm her! Komm her! Baaam, Alter. Das andere, komm her! Alter, ich bin ja Boxmaschine sein Vater, Alter. Ich stell die Waffe gegen Knaus. Hahaha. Knochen? War das gerade ein Kuhnbein oder Hühnchenbein? Bein? Fuß? Hä? Davon? 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 Davon?